So, und wieder ein Paket von der Norina. Das war wieder eine Überraschung. Naja, eine angekündigte Überraschung. Nicht, Paule? Hier, guck. Ach, Küchenpapier ist immer gut. Ich glaube, ich muss doch die Kamera aus der Hand legen. Herr Paulchen, ich soll diesen Brief erstmal hier beiseite packen, wie immer. So, Paule. Das ist nicht schwer, Paule. Das ist nicht schwer, Paule. So, wir werden die Kamera aus der Hand legen, nicht? Herr Paule? Können wir besser auspacken, wa? Ja, klar. So, Paule, jetzt haben wir alles ausgepackt, nicht? Tja, Norina, bedanke mich recht herzlich bei dir. Lebkuchen, prima, esse gerne. Nüsse, Waffelnüsse. Ah, Linsen, prima. Apfelmus? Ne, Pflaumenmus. Pflaumenmus esse ich gerne. Meine Mutter früher mal selber gemacht. Brotzeit. Tja, von diesem Kalender, da habe ich einige. Die finde ich gut. Mal kurz mal rüberschränken. Da ist einer. Und da ist einer. Und hier sind die ganze, hier ist die ganze Fanpost. Wird immer mehr. Und einmal Moncherie. Na, prima. Jetzt kann Weihnachten kommen, wa, Paulchen? War mal freundlich gesicht. Kleiner Paule. Nochmal, herzlichen Dank. Jetzt hegt er beinahe den Christstollenunterschlag. Super. Super.